3DO, The Need for Speed, ein Jahr später 1995 wurde das Ganze dann auch für den PC umgesetzt und dann ging es munter weiter, 1997 kam dann Need for Speed 2 und dann jedes Jahr ein neuer Teil 1998 Hot Perseed, 1999 brennender Asphalt oder auch High Stakes im Englischen, dann 2000 Porsche